Die Hauptergebnisse der Vergleichsstudie zeigen, dass andere Länder sehr viel weiter sind in Sachen Qualitätstransparenz im ambulanten Bereich. Länder wie zum Beispiel Dänemark oder USA veröffentlichen im Internet Daten, die Patienten bei der Arztsuche helfen können und die liegen in Deutschland bislang unter Verschluss. Die Befragung hat uns gezeigt, dass mehr als jede Vierte Angst davor hat, nicht den richtigen Arzt zu finden, weil ihm die notwendigen Informationen fehlen. Bürger wünschen sich zum Beispiel Informationen zur Häufigkeit der Behandlung, zur Ausstattung oder auch zur Hygiene in der Praxis. Die Bürger wünschen sich darüber hinaus, dass diese Informationen auf einer neutralen, werbefreien Plattform als Arztsuche zur Verfügung gestellt werden. Die Politik ist nun gefordert, die Gesetze zu ändern. Sie sollte eine neutrale Datenannahmestelle einrichten und die kassenärztlichen Vereinigungen dazu auffordern, die Daten an diese Stelle zu liefern. Damit hätten Patienten eine umfangreichere Möglichkeit, sich über Ärzte zu informieren und eine bessere Wahl zu treffen.